Wollen wir weiter machen oder unentschieden? Unentschieden. Nächster. Unentschieden. Hier haben wir uns zu doof angestellt. Man wusste, wie es geht, aber man hat es nicht hinbekommen. Da weiß ich, der Trick ist, um gegenzuwerfen. Ja, genau. Keine Tricks mehr. Ein Spiel, zwei Bälle. Ich fang an. Jeder ein Wurf, oder was? Ja, mach du. Ich bin nur bis hierhin. Dann war Marc dein Wurf gerade nichtig. Nochmal, nochmal. Du musst reintreffen. Ich hab von dir abgeguckt gerade. Ja, okay. Vorher gesehen. Ja? Mehr Liebe. Das war aber, weil da einer drinne war, den er da nicht reingespissen hat. Der hat abgefedert. Man muss auch einfach gönnen. Nee, nee, nee. Das war geschummelt, Digga. Mach, 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 mach. Meinst du wirklich? Unentschieden, oder? Nee, mach weiter jetzt. Jetzt hast du den Drill raus, sagst du? Der war stark, der war stark. So ist gut. Und den nächsten auch. Jetzt ist kein Ball drinne. Jetzt schaffst du's nicht. Siehste? 3 zu 0 für mich. Wo ist die Konkurrenz? Ja, die Frau bleibt wenigstens bei mir. Ja. So. Okay, weiter geht's. Oder willst du's nochmal mit ins Rating reinnehmen? Doch, ich will's. Okay. 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 So.